Da ist ein bisschen mehr als ein Verkehrsunfall. Das heißt, wir haben hier Gefahrgut. Das wurde auch wo gemeldet. Die Feuerwehrleute bekommen den Alarm, fahren jetzt wieder ins Gerätehaus und sind innerhalb von 10 Minuten spätestens hier vor Ort. Und da wir hier eine orangenen Warntafel haben, was uns ja sagt, das ist ein Gefahrgut, die drei da vorne oben sagt uns immer, das ist ein... So, da kommt das erste Löschfahrzeug, sieht auch schon direkt, oh, die orangenen Warntafel, da läuft was aus. Deswegen hat er gesagt, bleib mal hier stehen, wir müssen ein bisschen Abstand halten. Sie sehen, da ist noch jemand drin, er hält ein bisschen Abstand dann. Okay, jetzt durch. Das war's für heute.